okay das ist ausweichen ja ja guck mal okay vielleicht müssen die erst jetzt weg sparen okay ich versuche jetzt noch mal irgendwie nicht weil ich hatte eine ladezeit wo sich auch nicht jetzt habe ich noch mehr mienen dann ich bin der minenmeister noch mehr explosion machen die machen eis was macht er wieder aktiv habe ich hier drei minen probleme trifft natürlich so oft ich höre ihn die ganze zeit ich habe die schießen jetzt alle auf dich dann ja die schießen alle auf dich hinter hier hat schon welche platziert super ja ich will mich gewisse dafür euch jetzt den schwanz ja dreifach miedenschaden wir sind einer von uns ja spaß okay ich mach doch mal kaputt naja bist ich ich habe der hat dich gehört kaputt machen will aber ich komme nicht aus ich steckte zwischen dem fisch und diese blöden dinger feste also weil ich kann mich nicht heilen ich habe meinen gott die ganzen kugeln haben jetzt alle auf dich geschossen daher ich habe keine spritze mehr übrigens als arbeit machst du denn da ich habe jetzt voll das netzwerk immer ausgelegt der in eine mine trifft der auf jeden fall das macht spaß ich komme ich kann die mag ich da bin ich allein mit dem füsch was auf die kugel ich bin heruntergefallen wo bist du ich bin heruntergefallen und ich bin tot übrigens ja das ist mir schon klar ich habe gesagt wo bist du runtergefallen ja hinten ja oder wie ich gerade war habe ich habe keine tränke mehr okay dem habe ich gegeben ja da war noch so stacheln die wollten gerade schießen ich sehe ich sehe hier einfach nur jeder ziel noch nicht mal aber ich sehe irgendwie so eine zahl 238 das ist nicht gut oh gott mein gott dieser sound-effekte das ding schießt da ja er wollte gerade schießen und der baum hat manche abgefangen wohl ist ein von dieser eins von diesen stacheln ist da oben irgendwie ich bin tot zum sehr ungünstigen zeitpunkt ja warum ist dabei springen ja ich bin tot also kein spritz so schwer aber ein schockzahn habe ich bekommen ja ich hätte vielleicht versuchen sollen ohne dich weiterzumachen ja da wird schon eine libelle dort wird auch so seitwärtschritte machen ausgestohlen das bestimmt sehr effektiv was macht das wie ich da ich gehe mal weg er hat seinen angriffsmodus gewechselt sozusagen ist blau ok verwundet ja ja stand da unten okay ja das ist ein effekt wenn meine gesamte ausdauer verbraucht ist nämlich schaden stand da das ist wie halt verbrannt oder geschockt und status ist alter alter ja irgendwie ich hatte gerade noch energie und dann war meine ausdauer weg und dann war ich tot ja habe ich doch gerade gesagt ja ja das verwundet es ist unsichtbar ich sehe es auch mal noch ja das ist wenn ich mal zu empfiegt hinkommen und verwundet so müsste ich wollen das setzt so angriff ein weißt du da zwingt dich ja genau das meine ich jetzt setzt du angefangen da zwingt dich voll oft auszuweichen und dann ausdauer zu verschwenden ja ich kann nicht angeheffen ich bin aber da kommen wir da dc alter hindern mich irgendwie die hindern mich irgendwie daran anzugreifen die schalt bin ja ich bin gleich tot bei dem fisch gehen aber auch voll schnell irgendwie die sachen kommen habe ich sorgt ja 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 gott verarschen kann mein ding aktiviert ja finde ich auch nervig ich habe hier ein paar schöne leckere sachen für dich explosive ja ich war fast ich weiß weil man sich gemacht das ist ja auch mehr gehabt nein ich habe noch ausdauer dann weiß ich nicht vor dieser scheiß angehörte ich bin tot der kommt ich weiß ich habe sogar noch getroffen ich hasse diese attacke gegen die dati komme ich zum beispiel nicht gleich verbinden verpisst euch ich kann nicht angehen wenn ihr so scheiße seit ich belebe die wieder gibt es auch nicht ja 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 ja